Ey, das gibt's doch, ne. Weißt du, wie er seine eigenen Trice auch aufgibt? Ja, Digga, verpiss dich doch mal. Ja, verpiss du dich, Alter. Ciao. Ja, ciao. Ja, ciao, Alter. Nein. Jawohl, ich hab... Wenn du noch weiter... Du fährst, nee, du kommst... Nee, damit kommst du nicht durch. Damit kommst du nicht durch. Damit kommst du nicht durch, Alter. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge GTA Online mit Fabio und Dennis. Hallo. Ja, na wieder. Nein, das war auch egal. Eigentlich war das auch schon wieder genug, Alter. Nimm wieder an, Moderation für mich. So, Achtung, noch nicht reinfahren. So, wir haben hier noch Auto- oder Schrottmap, 20%. Wir machen es jetzt so, Tiberius... 20% habt ihr gehört, meine lieben Boucherat, 20%. Tiberius wird immer als erstes in einen Punkt fahren, dann werden wir sehen, ob es ein gutes oder ein schlechtes Fahrzeug ist. Dann wird der Dennis dementsprechend auch das Gute oder das Schlechte nehmen und ich werde immer das Schlechte nehmen. Dass es ungefähr aus der Glichen ist. Alles klar. Gut, dann fangen wir an. Jo. Natürlich kann man nie genau sagen, was das Gute oder was das Schlechte ist. Was hast du? Oh, ich hab ein Titz, ne, Wacker oder so, aber es ist ein gutes Auto. Das ist der XA21, Mann. Sag ich ja. Ja gut, dann denke ich mal, wird es schon das Gute sein. Dann kann Dennis das Gleiche nehmen. Und ich werde jetzt das andere nehmen. Wo ist der gefahren? Links? Rechts. Ich bin rechts gefahren. Rechts. Egal, ich hab einfach mehr Power, jawohl, Alter. Was natürlich das Problem ist, man kann halt nie sagen. Ich meine, es gibt ja auch Maps, da ist der XA21 die schlechte Karre. Jawohl, sehr gut. Ich meine, was jetzt passieren kann, ist, ich kriege ein Formular, ne. Aber gut, kann man jetzt nicht wissen. Aber der XA ist keine schlechte Karre. Und ich kriege die Limousine. Alles klar. Jawohl. Na gut. Junge, mit der Limousine in den Warwrit-Wechsel. Das ist ja auch nie euer Ernst, oder? Oh Gott, ich hab so lange keinen Warwrit-Wechsel gemacht. Alter, okay. So, platz da, ich bin Künstler. Alter. Hat er geschafft? Easy, Mann. Shit. Aber danach nicht. Tja, so verschissen hast du auch, ey. Scheiße in deinem Hirn, Alter. Jawohl. Du bist hier die Scheiße. Und ich bin der Sohn. Nein, überdreht. Sei dummer ein Gedanke. Ich bin der Gedanke. Oh, der Wechsel ist schafft. Und ich komm ja gar nicht mehr hoch. Und vor allem, du hast dich hier nicht durchgekommen. Ja, danke schön, dass du es mir noch schwerer machst. Ja, verdient. Alter, der Wechsel hat schon mal geklappt, aber der muss noch besser klappen. Und da ist ja schon der Punkt. Und da ist ja schon der Punkt. Er hat durch und dann ist ja schon der Punkt da. Er hat. Links, rechts, geradeaus. Digga, ich hab'n Scheißdreck. Geh mir nicht auf den Sack. Ja, einen Scheiß hast du. Ja. 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 Nein. Nein. So, dann heißt das jetzt für dich erst mal warten. Ja. Kann ich mit Leyden. Hast du schon mal den Flip geschafft, Dennis? Ja, ja. Ich war immer in den Stangen. Bin hängen geblieben. Ah, ja. Das Flip ist so viel leichter mit Controller als eine Tastatur, finde ich. Echt? Ja. Okay. Aber wenn du ein bisschen mehr gewohnt bist, können wir vielleicht doch nochmal ein härteres probieren, irgendwann. Oh, ja. Hart ist immer gut. Ja. Mann, jetzt musste ich lachen Oh, der Flip war ein Boss Und ich komme hier Digga, die Limo passt hier gar nicht durch, Alter Gleiches Problem habe ich auch immer Aber Fabio, jetzt lernst du wenigstens immer online das Problem kennen Junge Ey, ich werde immer von diesen scheiß Stangen herausgeboxt Ja Nein, die letzte Stange Okay, aber ich soll es demnächst schaffen Schö, flieg doch noch weiter Ich sage, was soll das Moin Meister, tschüss Meister Tschüss Meister Ich schaffe den Flip jetzt wenigstens fast immer noch Oh, der war sexy Jetzt kommt, mach keinen Scheiß Ey, mach doch keinen Scheiß Ich fahr wieder gegen die Stangen Ja Ja, das finde ich auch schwierig Ich bin einfach zu blöd gerade zu fahren, ganz ganz klar Digga, wie er einfach vorbeizieht, ey Ist irgendwas war Mann, jetzt durch deinen Windschatten, Mann Fliege ich hier sonst wohin Mann Junge, ich komm nicht aus dem Pott hier Tja, klar Nicht so viel reinscheißen Ey Mann, Alter Da ist doch der Punkt Junge, es ist erst der erste von 38 Ey, du bist ein Wichser, Alter Ich hab gedacht, du pusht mich und ich meine, das schafft er Ja, Digga Wie schlecht bist du denn? Ja, Junge, fahr du doch die Karre Für dich wäre die mehr vorbei, wenn du diese Karre hättest Ja, komm Run, run Digga, ich schaff den Punkt vor dir Ey, ich komm morgen vorbei Eins gegen eins Mann, das kann doch nicht sein, dass ich jedes Mal gegen diese Stange da gegenfahre Und da ist er doch durch Da ist er durch Bam Oh Gott Bam Nicht hier rein Ja, hat er eine Handbremse gezogen, wa? Aber das bringt nichts Ja Ja So, Tiberius So, ich bin links rein gefahren Okay Und habe Einen Supersportwagen Der Krieger Der Krieger fährt rechts, oder? Das ist der Krieger, ne? Ja Der dürfte eigentlich ganz gut sein Der dürfte ganz gut sein Dann fahr ich rechts Oh, bitte ist es halt einfach Ja, okay Ich habe einen Sportwagen Na gut Ich glaube, das ist der Italy RSX Genau Öh, was denn hier? Links hoch Ja, aber so wird das nichts, Fabian So wird das nichts Achso, dann musst du da so rein, oder was? Achso Ja Ja, ist doch das Aber das ist easy Also das ist easy Na ja Und danach musst du dann die Koralle machen Da oben in dem Kreis drin Sicher? Sicher Ich bin da schon gefahren Gucken wir erstmal Gucken wir Ich bin da schon einmal bis da hoch gefahren Ach, fuck Und hab da gemerkt Oh shit Man muss ein bisschen früher Here we go again Man muss ein bisschen früher rausflippen Seid ihr beide ja da schon drin, oder? Ja Ich habe es da noch nicht reingeschafft So jetzt, ja Okay, was jetzt? Ah, okay Weil da Bremsen sind Jo Mach keinen Scheiß Äh, aber wo soll man denn hier Einfach gerade Achso, stimmt Man muss ja nur die Koralle machen Und dann rückwärts da hochfahren Scheiße Mit dem Sportwagen Weiß ich gar nicht Ach, geschafft Easy First try Oh, wie ging denn die Koralle Ich habe noch keine Ahnung mehr Du drückst die Handbremse Längst kurz nach links Und dann längst du nach rechts Und drückst rückwärts So ungefähr Da wird ja auch alles hin Oh Gott Hier ist ja noch ein Hindernis Auf der Spirale drauf Aber ich würde sagen Ich hab's Ne, ich hab's immer noch nicht geschafft Hier muss man jetzt wieder wenden Muss wieder vorwärts fahren Okay, aber hier ist der Punkt Okay, ja Das war Mehr nicht Sind wir durch So Bin jetzt hier drin Ich auch Ihr könnt ja auch versuchen Euch einfach normal zu überdrehen Und dann Vielleicht braucht man die Koralle gar nicht Oh, dann drehen wir doch den Spieß um hier Äh, was ist das denn? Hä? Verstehe ich gerade gar nicht Ja, Digga Komm, 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 komm Nein Oh mein Gott Das war ja knapp Ja, alles im Griff gehabt Hier, was willst du denn? Was du im Griff hast Ist dein Schwanz Nicht mal den Klein Er ist zu groß Er passt nicht in meine Hand, Alter Ja, klar Du brauchst auch eine Lupe Um den zu finden Ja, klar Ich drücke immer links zum Driften Weil ich das in Rocket League so belegt hab So Gucken wir mal Warte, Koralle hinkriegen Und selbst mit dem Wagen Koralle geschafft Aber leider dabei überdreht dann Schau Also nicht geschafft Ja doch, hab's geschafft Aber dann musste ich lenken Und dann war raus Ja, genau Aber eben nicht Ja Ja Naja Also wenn man die Technik erstmal kennt Geht's eigentlich mit jeder Karre Relativ Simpel Ich hab mich gedreht Aber ich bin dann unten rausgefrutscht Was war denn das jetzt? Hallo? Hm Ragequid Ja, hallo? Ich würde mal sagen Vorhin Verbindungsfehler Das kann bei ihm gut sein Passiert relativ häufig bei ihm Nein, sind auch da Ah, komisch Na gut Dann gucken wir mal Dann fahren wir erstmal weiter So, was wollen sie nehmen? Achso, ich nehme Recht Oh, ich nehme mal links Oh Oh Was hast du? Oh, bist denn du? Das ist nicht der Hexer 21 Aber es ist ein sehr cooler Wagen Ich hab den Rocket Voltic Oh, dann hast du wahrscheinlich Den besten Was ist das? Der Furia, wa? Ah, wobei der ist echt gut dafür Also Ja Naja Schau mal Mal Glubschan Glubschan Für Koralle Hätte ich den Furia lieber gehabt Muss ich auch sagen Ja Ja Perfekt So Jetzt habe ich schon mal den Flip Monsieur Dennis Die sind noch drin Ich weiß das ganz genau Ja Jawoll So Watt Okay Alles klar Mr. Ragequid Hallo Mr. Ragequid Hä, hallo Mein Internet ist kack, Digga Ja Das hätte ich jetzt auch gesagt Ist wirklich so Das ist ja alles Ich bin ja auch aus eurer Runde Ich fahr ja hier gerade noch Ja Recht Ja Echt Ich spiel noch die Ja Bei mir stand Ey Okay, also du probierst noch weiter Kleine Schlampe Als ob Hallo Hallo, hört ihr mich noch? Ja, wir hören nicht Ja Ah Gibt's nicht mehr Wow Ey, du kleine Schlampe Ey Ey Nein, ich hab's verkackt Ich hätte den Den jetzt geschafft da gerade Ja, klar Okay, also er ist noch drinnen Aber Das ist für dich, glaube ich, leichter Naja, Korallen Nee Du musst dich nur drehen Und musst dann direkt boosten Hab ich gerade probiert Ging nicht Ja, also Dennis Wieder mit Internetproblemen Man kennt's Mit Rageproblemen Ja, nee Das haben wir leider relativ voll Wie viel wir aufnehmen Nee Also mit dem krieg ich die Koralle nicht hin Das haben wir doch schon hundertmal gemacht mit dem Nein, nee, mit dem nicht Natürlich, RocketVoltik, klar Wir haben doch schon mal nur RocketVoltik-Maps gespielt Ja, aber da war keine Koralle dabei Natürlich Nein Ja, brauchen wir das nochmal Nein Der Flip nach unten wird dann auch noch interessant danach Aber ich glaube, viel mehr ist es nicht Also Okay, ja Jetzt habe ich es Jetzt muss ich nochmal den Flip nach unten hinkriegen Nein Hä? Was war das? Das war irgendwie komisch Ja, schade mit Dennis Leider Ja Sind wir in Deutschland Ja, Ausbau des Internets Mega Danke Telekom Das ist eine Frechheit Also Ja, nicht nur Telekom Alle Ja, stimmt schon Hät sich ja auch genauso gut eine andere Firma Jetzt denken können Ach, perfekt Jetzt nutzen wir das mal richtig aus hier Wenn die Telekom nichts macht Das stimmt Und Deswegen dachte ich Huah Weil da Easy Und dann sagen alle Nee Mann Ey, das gibt's doch Nee Weißt du, wie er seine eigenen Trice Auch aufgibt Ja, Digga Verpisst dich doch mal Ja, verpisst du dich, Alter Ciao Ja, ciao Ja 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 Ciao Nein Jawohl Du noch weiter Du fern Nee Du kommst Nee Damit kommst du nicht durch Damit kommst du nicht durch, Alter Ich hab's, Alter Damit kommst du nicht durch, Alter Komm erst mal auf mein Level, ja Ja, wahrscheinlich, Alter Dass ich mich da auch noch gesaved habe Das konnte ich nur mit meinem Legendenstatus überhaupt erst realisieren, Alter Legendenstatus Und dann kommt er mit seinem Pillewindschatten noch kaputt, Alter Von meinem Gottstatus hab ich dich auch von deinem Legendenstatus wieder runtergeholt, ey Mann Diese Scheißkarre Wird zwar eng, würd ich sagen So, jetzt, aber wieder Scheiße, ich wollte dich da runterkicken Alter, ich hab keine Ahnung, wie man, wo, wie man da flippen soll Dieser Winkel ist ziemlich scheiße Von dem Flip nach unten So, komm, jetzt den Flip Kommt jetzt denn das gar nicht mehr zurück, oder? Nee, den nicht Also, Internet ist immer noch weg Also Ja Nice Aber ich hab's jetzt gemerkt Zweimal an Tippen hilft Da oben Ich hab das jetzt einmal Ja, ich hab den Flip nach unten und das war's tatsächlich Da ist der Transformer Nice Ich hab's Ey, was kommt da? Der nächste Punkt ist nur fahren, oder? Ja, 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 ich hab's Hast du's? Nice Ich hab's verstreu Geil Easy Geil Jawohl Transformpunkt Ja, also ich muss sagen Das, was mich jetzt gerettet hat, war einfach wirklich Grip Ja Sonst hätte ich's nicht geschafft Mit dem Voltic wär das kein guter Versuch So, jetzt hab ich halt keine Ahnung Du darfst aber aussuchen Ja, jetzt du raus und dann kannst du das Bessere nehmen Aber wenn ich das richtig sehe, ist dieser Punkt nur fahren, also, naja Ne Woll Ah, ich nehm einfach mal rechts und dann gucken wir mal Was das ist Formula, okay Oh, shit Egal Was hast du? Schön einfach links reingefahren jetzt, egal Oh, oh Gott Das ist genau die gleiche Karre, die wir da auch hatten zum Warten Ciao Ciao Ja gut, sowas hier ist jetzt nicht unbedingt das Geile für mein Auto, ey Ja, für mich auch nicht Puh Ah Au Au Ah Ja Ja Komm, fahr So Aber das war's schon, oder wie sieht das aus? Für den Punkt, ja Oh Achso, da muss man ja, da fährt man jetzt hier rein Oh Gott Lol Wie geil war das denn? Okay, ja, alles klar Ah, das war's schon, alles klar Nice Okay Richtig cool Ja, dann nehm ich jetzt link Ne, ich nehm nochmal rechts, glaub ich Aber warte erstmal, weil falls ich das gut hab, dann nehm das auch gleich Nein, dann nehm ich das schlechter Oh, Krieger Krieger Let's see Oh, XR XR Geil, beides geile Voll gut Ja So, was kommt denn hier, okay, schmal, oben Schade Äh, da hat er noch gehofft, dass das geht Ja Unglaublich Okay, danach, nach dem Flip, kommt nochmal oben, aber wieder mit den Stangen, ne Ja Ja, bin ich erstmal direkt gegen gefahren, schade Okay, aber erstmal, Hindernis, Wallrides, sieht das jetzt nur aus Oh Gott Alter, ich muss mal nach vorne gucken Ja, wäre schon belastend Ich bin da Bevor du fährst und guckst du die ganze Zeit nach hinten Ja Ja, geil Ah, Wallrides, Wechsel sind ja mittlerweile gar kein Thema mehr hier Ja, easy Du bist grad verkackt, Alter Nein, die Stangen Okay, und danach kommt noch so ein mittiges Ding und danach hab ich erstmal nix gesehen, also So viel ist es aktuell nicht Nein, die Mäbe ist okay Ist okay Gar kein Problem Kannst du das da ranschneiden, dann? Was? Achso, warte, ich nehm mir gar nicht auf, scheiße Ja Doof, ne? Shit Naja Das nächste Mal wieder Ja Was härteres spielen wir Genau Ja Gar kein Problem mehr Jetzt bin ich zu weit oben gestartet Da haben wir auch wieder Die Stangen sind immer noch so mein großes Problem, muss ich sagen Ja, danke, cool Äh Wow Wow, wow, okay Hä, mich irritiert irgendwie Verschwendet ja meine Zeit Mich irritiert irgendwie diese Da ist irgendwas Ist da davor Nein Ich hab's nicht Ja Komm, schnell, schnell, schnell Ah, irgendwie ist die Kontrollnation auch voll angenehm, weil man sich wirklich im Stuhl hinlegen hinlegen kann, genau Man kann sich im Stuhl hinlegen, nach hinten lehnen und einfach chillig sitzen So, bin durch Dann muss man mittig fahren und danach Hier ist gar nichts, oder was? Ah, das war's Tatsache, das war's Hier ist ein Helikopter und das könnte das Ziel sein Ey Auf diesem Glück nicht hin Ich glaub, das war's Das müsste die Dings sein Jawohl Ja, und jetzt nur noch mittig Und das war's Jawohl Ja, das war's scheinbar Cool Hat mega Spaß gemacht Ja Die war okay So, da Dennis schreibt nochmal Das wird heute nicht mehr Ähm Gut Aber Freunde, dann Sind wir hier Im Ziel Du müsstest ja auch gleich Ich war noch ganz kurz Ja, ja Aber da haben wir jetzt immer im Ziel Oh, nice, ey Das hat richtig Spaß gemacht Ja Sehr schade An Den Dennis Dass er da rausgeflogen ist Vielleicht beim nächsten Mal Ich muss auf jeden Fall wieder neue Maps hinzufügen Auf dem Account Hab ich jetzt nämlich gar keine Maps mehr Aber für heute hat das doch alles geklappt Ja, eigentlich solide Zeit Ich hab noch so eine, die hat nur 10% Also, naja Hm Dann müsste man nochmal die Koralle ein bisschen mehr üben und so weiter Aber dann müsste sowas dann auch easy funktionieren Freunde Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen Nächste Folge geht's weiter Wer weiß, vielleicht ist der Spielhaus auch wieder mit dabei Ja, man Ich würde mal sagen Vielen Dank, wieder zu uns zu schauen Tschüss, bis zum nächsten Mal Bis dahin Ciao, ciao Bis zum nächsten Mal Untertitelung des ZDF, 2020